Moin Leute, hier ist wieder euer Haulendog. Joa, ich hab mir mal wieder was gegönnt. Hier, das schöne Teil hier. Die sieht auch nicht immer so ungeil aus, sag ich mal. Ne, ne schöne Slick. Joa, und ich sag mal, die klingen ganz geil. Muss ich sagen. Einigermaßen im Medium-Bereich. Jetzt nehmen wir da einfach mal was auf. Was Kleines, Nettes. Für diese geile Slick. Oh Slick. Das ist die Oh Slick 50. Ja. Black Ash. Asher Body. Geile Sache, wirklich. Für 2,89. Ja, da kannst du ja nicht meckern. Ja, was haben wir denn? Jetzt machen wir hier mal so ein kleines Ding. Wie beim Klingen sag ich mal. Bugera Amp. Das ist der 1960. Also geht los. Haha. Ja. 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 Musik 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 Zubehütte, das war's Video, und Tschüss!